Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mario und Luigi Superstar Saga. Im letzten Part haben wir die epischen Kräfte des Blitzes erlernt, yeah. Und wir können Mario jetzt total toll ärgern, aber das war nicht alles. Wir können natürlich auch die Macht des Feuers nutzen und Luigi von hinten anzünden. Ja, nichts anderes wollte ich sagen. Ähm, ja, das, äh, ja, was jetzt passiert ist eigentlich, ganz klar, oder? Na gut, dann, ähm, elektrisieren wir doch mal dieses Ding da. Nee, halt, hier, so. Und, feuerfrei Mario! Und jetzt erschließt sich ein epischer Weg. Und ja, jetzt sehen wir auch mal eine der gelben Röhren, von denen die Rede war. Wandel! Ich denke mal nicht, dass da auch noch was sein wird. Und wir fallen tief. Ähm. Achso, das ist Bohnen. Interessant. Jetzt können wir da hochklettern. Anscheinend sehr, sehr interessant und so. Das bringt uns was? Ja, achso. Wind unter Wasser. Kischermeer, Tipps für Tauchanfänger. Per Solo-Sprung kann man den Meeresboden verlassen und durchs Wasser schwimmen. Tauchgruppen bis zu zwei Personen kommen so besonders rasch voran. Das heißt, wir können nicht. Ah, so geht das. Ohne schlecht. So, und wo sind wir denn? Meeresboden. Isra Hihihi. Interessant. Echt schön. Na gut, dann, wie hoch kommen wir denn? Okay, höher kommen wir eh nicht. Alles klar. Alles sieht total episch aus, aber ich habe Angst, dass ich was vergessen habe. Weil da war... Ich will erstmal noch da kurz... Ich bin nochmal kurz hoch. Auch wenn es für euch vielleicht gerade nicht so toll sein könnte, weil ihr sehen wollt, was kommt. Aber keine Sorge, in dem Part wird sicherlich noch einiges passieren. Und ähm... Ich möchte erstmal hier lang, denn oben war doch noch was gewesen. Da war doch eigentlich noch ein Weg. Hier, aber kommen wir nicht lang. Warum kommen wir da nicht lang? Moment. Können wir es verbrennen? Nein. Können wir es... Blitzen? Wenn wir es in die richtige Richtung machen würden. Genügend Kraft? Nein, das funkt... Ach so. Aha, Moment. Was ich ausprobieren will, man kann doch... Komm mal wieder, dreh ich mal um. Nein. Ich, 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 ich. Schön. Das ist hübsch. Geh Kicher. Aber die bringen leider nicht sehr viel. Das ist eine sehr seltsame Erfahrung gewesen. Ob man gegen jeden kämpfen sollte? Ja. Nein. Berühre mich. Los, berühre mich. Ich will, dass du mich berührst. Nein, gehen die eine Richtung... Kommst du her? Ja, genau. Ich, 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 ja, ich. So, und wenn man... Ich will wissen, was passiert. Moment. Hand. Gut merken. Wenn die Kicher Feuer nicht vertragen, dann Feuer machen doppelten Charme. Ich... Oh. Man zündet sich selber an. Ich blau und nur Donner geben Kraft. La, la, la. La, 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 la. Alles klar. Also machen wir doch mal das mit dem Feuer. Oh, hart. Also es kann ordentlich Charme machen. Es ist heftig. Machen wir mal einen Sprung auf dich. So, und du wirst dann tot. Gekicher Outfit? Moment. Ach so, ja, stimmt. Das ist sehr seltsame Erfahrung gewesen. So, okay. Jetzt möchte ich mir... Gekicher Outfit. Material. Feinste Gekicherschale. Alter, spät. Was habe ich jetzt an? Okay, dann würde ich sagen, ziehen wir das an. Würde ich einfach mal sagen, ja. Na ja, so ist Mario noch ein wenig overpowered da. Weil wir haben doch eigentlich zwei Kicher Outfits. Ah, jetzt sind beide darauf gelegt. So, alle klar, alles klar. Also rein theoretisch können wir den Rest verkaufen. Ziemlich episch. Also es hat sich gelohnt, gegen die zu kämpfen. Das muss man mal so zugeben. Jetzt möchte ich gerne noch einen roten angreifen, bitte. Ne, du bist blauer, dich mag ich nicht. Ja, ich bin ein Rassist. Ja, ich hasse blaue Gekicher. So, hier wird es leicht sein, denke ich mal. Moment. Berühre mich. Berühre mich. Berühre mich. Gibt es doch nicht. Berühre mich. Ja, es hat funktioniert. Ich, 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 ich. Ja. Ihr seht übrigens komisch aus, wenn ihr sowas macht. Alles klar, so jetzt können wir die Hand benutzen. Ach nee, halt. Puh, das gibt ihnen ja nur Heilung. Ja. Oh Gott, er sieht furchtbar aus. Genau, jetzt müssen wir das hier machen. Heftig, heftig. Aua. Aua, die können einem weh tun. Pfui. Hammer auf dich. So. Oha. Also wir... Naja, gut. Keine Panik. Ich... Ich nicht wirklich tot. Ja, das ist schön. So, wenn wir jetzt... Nochmal. Komm, du mal her. Ja, bitte berühre mich oder lauf an mir vorbei. Gibt's doch nicht. Geh weg. So, und jetzt komm hierher. Bitte. Ich möchte dich nur töten. Das ist voll schwierig, diese Gegner anzugreifen. Das ist Wahnsinn. Der verpiss dich einfach so. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Echt. Wie mache ich einfach mal die Hand voll, wie die haltet. Okay, es ist mir jetzt zu viel. Dann gehen wir jetzt zur gelben Röhre, würde ich sagen. Und ja, dann erkunden wir mal die Unterwasserwelt hier. So, alles Klärchen, Wunderbärchen. Nein, ich hab jetzt keine Lust zu speichern. Ich hab schon viel zu viel Zeit verschwendet hier. Genau, es brennt also. Alles klar. Na gut, dann... Verwende die episch machte Thunders. Das bringt mir nichts. Was auch irgendwie logisch ist. Achso, Moment. Ah, ich bin auch schlau. Da würde eine Kugel stehen, wenn es aktiviert werden müsste mit einem Blitz. So, aber okay. Warum auch immer Feuer unter Wasser bringen kann. Es ist... What? See-Goomba. Ein See-Goomba. Ja. Ein See-Goomba. Also Goombas sind ja auch überall. Kann das sein? Ich bin ein bisschen schockiert gerade deswegen. Was ist hier? Komm, wir schwimmen jetzt den Rest. Oh, schon wieder eine Karte. Ah ja, von dort kommen wir. Dann gehen wir da hin. Okay, da sind ganz viele Röhren und wir müssen bei der nächsten Gelegenheit nach unten. Und ja. Na gut, dann... Oh Gott. Wieso wird Luigi eigentlich immer gefistet? Das ist nicht korrekt. Das ist politisch nicht korrekt, Freunde. Also. Ähm. Ja, ich habe getroffen. Welch Freude. Aua. Nein, nicht Mario. Ja, ich wollte erst Mario sagen, aber... Na gut. Okay, nee, halt. Ich möchte gerne die Hand benutzen. Die Hand ist irgendwie das Beste. Äh, vorbei. Ja, das ist für mich jetzt auch eben. Der ist auf. Okay, dann einfach Boss-Attacke auf dich. So. Ja, und jetzt so plötzlich gelten die normalen physikalischen Kräfte oder was? Ja, okay. Man hat eigentlich noch genug Zeit. So. Und die Angriffe sind ja auch eigentlich nicht schwer. So, Hand auf dich. Ich berühre dich. Ja. Toll. Woohoo. So. Und Sprung auf dich. So. Und du bist tot. Und die geben ordentlich XP mal wieder. So. Jetzt sind hier zwei Wege. Das ist nur einer eingetragen. Verdammt, wo soll ich jetzt hin? Okay, das, äh, ja. Aber eigentlich... Na klar, man kann ja hier rüber schwimmen. Meine Güte, ist das wohl. Nicht so schwer. Ich möchte gegen dich kämpfen. Aua. Ach, leck mich doch. Okay, ein Glück war ich am Boden. Ja, ich war zwar am Boden, aber noch nicht zerstört. Ja, haha. So, okay. Ja, das war irgendwie schlecht. Ja, das war noch schlechter. So, man hat, wie gesagt, genug Zeit. Also, das ist echt... Schön, eigentlich. Sehr angenehm. Das macht ja gar keinen Schaden. Also, jetzt, so macht das keinen Schaden. Alles klar, dann ein einfacher Sprung auf dich. Und das sollte genügen. Und jetzt... Möchte ich dich auch töten. Dankeschön. Und wir haben einen Superpilz erhalten. Oh Gott, wo kann man denn hier überall lang? Hier ist Feuer. Kann man auch Feuer ausschalten? Ich weiß es gar nicht. Hier ist so viel von allem. Und da geht's irgendwie weiter. Sehe ich das richtig? Ja, was ist hier überall? Ah, man kommt hier trotzdem so hoch. Ja, okay. Springen wir gegen Kumbas. So. Nee, komm, ich möchte jetzt wieder die Hacobolder ausprobieren. Denn ich habe Spaß daran. Dann müsst ihr eigentlich noch in so eine Boss-Attacke für die Hände kommen. Rein theoretisch. Ja, praktisch natürlich auch, ne? So, okay. Und jetzt Sprung auf dich einfach. Denn darauf habe ich gerade Bock. Und du machst ja so gut wie gar keinen Schaden. Dann nochmal auf dich bitte. So. Ja. Und bist du tot? Nein, du bist natürlich nicht tot. Dann bist du aber jetzt tot. Dankeschön. Du bist tot. Yeah. Ich mag dieses Wort. So, wie kriegt man denn die Dinger hier aus? Muss man blitzen. Nee. Keine Ahnung, wie man das macht. Ist mir egal. Wir schwimmen jetzt einfach hier lang. Und diese Kumbas machen mir Angst. Was zur Hölle? Gut, alles klar. Ich denke mal, das dürfte jedem klar sein, was jetzt hier zu tun ist. Nämlich den epischen Thunder. Wuhu. Es ist eine Qualle. Mit einem langen Arm. Der irgendwo andockt. Wuhu. Episch. Kann man hier noch irgendwo? Nee, man kommt hier nirgendwo lang. Alles klar. Dann gehen wir einfach mal hier. Warum hat Luigi... Ach so, mit der Hand hat er keine Möglichkeit zu schwimmen. Oh Gott. Oh Gott. Blooper. Boah. Die Blooper, meine größten Feinde. Aua. Und ich denke mal, das ist jetzt so klar, warum. Ja, eigentlich nicht deswegen, sondern weil ich sie in jedem Mario Boss Teil hasse. Wie die Pest. So. Nee, das ist keine gute Idee. Okay, so. Machen wir einfach mal den hier. Na. Die halten mehr als 50 aus. Was sind denn das für überpowerte Gegner? Und wir haben kaum noch Leben. Dankeschön für gar nichts. Wir haben ein Level ab. Yeah. Marius Level 22. Wie episch ist das denn? So, was erhöhen wir denn? Wir erhöhen... Na, was erhöhen wir denn? Wir erhöhen... Wir erhöhen ein wenig die HP. Yeah. Und Luigi hat auch ein Level ab. Heitige Scheiße. Und da erhöhe ich einfach mal die Bartpunkte. So. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Oh, jetzt haben wir genau 40% Bart im Gesicht. Hier würde ich zwar eigentlich nicht so sagen. Aber... Wow. Wird Mario jetzt misshandelt, Tatsache? Nein, er wird sterben. Ja. Aua. Los, geh in die Leere. Ja, okay, es hat noch gezählt. So, ähm, ja. Ich denke mal, wir wissen jetzt alle, was kommt. Nämlich eine super tolle Nuss. Nein, ich will, dass Mario es kriegt. Was zur Hölle? Nein, ich hab... Achso, ich hab Nuss aktiviert. Da, fuck. Warum hab ich Nuss genommen. Ach, ich versteh's nicht. Wie der mal losgelassen hat, wa? Oh, das hat gezählt. Endlich. Yeah. So, und jetzt aber ein Wanderpilz. Warum hab ich nicht Wanderpilz ausgewählt? Hä? Was zur Hölle hab ich gemacht? Ach, egal. So, hier, friss. Werd glücklich damit. So. Ich merke gerade, die Parts werden jetzt schon mal extrem lang, weil ich keine Möglichkeit habe zu wenden. So, Platsch, Brüder, auf dich. So. Normale physikalische Gesetze herrschen jetzt hier. Okay, und, äh, ja, nochmal Brustattacke, aber diesmal Hacke. Genau. Alles klar. So. Jetzt aber Schlag, Brüder, auf dich. Und funktioniere. Du schaffst das. Yeah, 69. Eine sehr interessante Zahl. Ja. Das war sehr nett. Was ist das hier für ein Raum? Ich wollte nicht gegen dich kämpfen. Ehrlich nicht. Und was seid ihr? Schon wieder heilige Scheiße. Ach, die Blooper sind jetzt aber eigentlich kein Problem mehr. Sollten sie jedenfalls nicht. Das sind doch wieder Beanies, oder? Die halten diesmal viel mehr aus. Ja, es sind Beanies. Okay. Hey, interessant. Er verschwindet einfach. Aua. Genau, vergifte mich. Ich steh drauf. Genau, fass mich an. Ich steh drauf. Genau, fass mich an. Ich steh drauf nicht. Alles klar. So. Machen wir mal die Hand auf ihn hier. Yeah. Ich find's so episch, wie die Beanies einfach so nach oben schwimmen. Einfach so. Na gut, das ist ja auch irgendwie logisch. Und, äh, du verlierst gerade Leben. So, ich setz lieber einen Pilz ein. Aus dem Grunde, weil, ähm, wenn ich mich von dem Gift heilen würde, dann hätte ich aber zu wenig Lehm und würde beim nächsten Angriff sterben. So. Warum zählt das jetzt nicht mehr? Ach, ich hasse euch, Gruber. Wisst ihr das? Okay, 69. Und der Part geht schon viel zu lange. Na gut. Wenn wir festen Bohnen unter den Füßen haben, dann werde ich diesen Part beenden. Nein, nein, ich fass mich nicht an. So, jetzt erst mal, äh, Part beenden und so. Also, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.